Ich nehme Witz und du sollst nächstes Mal ein bisschen aufpassen und nicht einfach rausgehen ohne Arbeit. Die sind ja in euer Haus gegangen. Ich hatte die ganze Zeit gesagt, ich will gar nichts kaufen, aber die kommen rein und ich darf keinen reinlassen. Das habe ich gesagt, aber die hören mir auch nicht mehr zu. Jetzt gebe ich diese an.